Musik Wir sind hier in dem historischen Schloss, einem in den 16. Jahrhundert, 1560 erbauten Gebäude, das zunächst als Wohnsitz natürlich des Erbauers, nämlich des Ritters Wolf von Hardheim diente. Der Ritter Wolf war der Ehemann einer Nichte vom Götz von Berlichingen, der, ich glaube, in ganz Deutschland bekannt sein müsste. Die Burg Schweinberg war eigentlich komplett als separates Objekt zu sehen. Auch sie war eine Feste, das heißt, es war eine Burg. Dort erhalten ist allerdings nur noch ein Relikt vom ehemaligen Bergfried im Zuge von kriegerischen Auseinandersetzungen, aber vor allen Dingen auch in den kirchlichen Wettstreiten zwischen Mainz und Würzburg spielten hier vor allen Dingen aber auch im Bauernkrieg dann die einzelnen Burganlagen eine große Rolle und da hat gerade Schweinberg zusammen mit Külsheim eine sehr große Bedeutung. Bei Donberg war ein Eremit, der also dort eine Kapelle, eine kleine Kirche errichtet hat und nebendran in einer kleinen Klause eben gewohnt hat und sein Einsiedlerdasein gefristet hat. Später wurde dann eine Kirche daraus. Die Kirche war sogar mit einem Mönch bzw. einem Pfarrer für eine gewisse Zeit für die Leute als religiöse Städte zugänglich, ist inzwischen aber tatsächlich nur noch eine Ruine. Untertitelung des ZDF, 2020